Wissen Sie, damals bei meinem, ich bin so, servus, schauen Sie jetzt gerade zu, ist ja schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben, ja ich meine ja dich, genau dich, wo jetzt zuschaut, was machst du jetzt gerade, geht es dir hoffentlich auch gut, also mir geht es ja blendend, also wissen Sie, ich habe damals gesagt, dass mein Betreuer, das Guy, gekündigt hat, wenn Sie umstellen auf Tazun, darf sich die Champions League spielen und das alles reinbekommen und so, gell, zwei Tage, ja wissen Sie, erstmal die schlechte Nachricht, das hat lang gedauert, ein Heckmeck war das, ein, zwei Tage, gehabt, das gedauert, bis die das wieder umstellen auf Tazun, hab ich nicht gewusst, gell, und rumtelefoniert mit meinem Betreuer und Sky, und, na, heute habe ich ja auch sehr viel erlebt, äh, sehr beend, erzähle ich Ihnen dann, was dann passiert ist, äh, wissen Sie, dann war ich ja heute unterwegs für Sie, gell, ja, sehr wichtig, gell, äh, interessante Menschen kennengelernt, gell, äh, hochinteressant, gell, gell,